Willkommen auf meinem Rosti-Kanal, ihr freut euch die neue Zeit für ein kleines FNAF-Fang-Game. Heute spielen wir One Night and Stickman in der Halloween Edition. Der Entwickler, glaube ich, oder ein Freund von diesem Spiel hat mich drum gewählt. Leider, ich habe mich drum gebeten, ob das Spiel vielleicht nicht mal spielen würde. Da habe ich gesagt, ja, wäre frei. Dann versuche ich natürlich auch die Wünsche zu erfüllen. Play Game Normal Mode. Yes. Oh. Mal gucken, was passiert. Äh, tut sich noch was? Bendy? Das ist doch alles hier. Hä? Aber sieht schon mal cool aus, finde ich. Deine Art ist ja... Du. 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 Du." Du." Du. Du. Was ist das? Ich kann hier... Was? Kill... Was? What? What? Hä? Hier ist keiner... Was ist das? Wieso gibt es hier keinen... Eeeh, eeeh, why? What? Tell me why? Also die ersten Angriffe haben wir schon über... Überleben, ne. Aber so schlecht sieht es gar nicht mal aus. Finde ich. Ist jetzt nicht hier... Das Highlight aber... What? What? Asshole. Wo kommt er jetzt her? Game over. Was für ne Scheiße hier. Yes. Ja komm, mach hin. Die Leute wollen eben sehen für ihr Geld. Jesus. Come on. Er braucht... Es spiel ja jetzt wohl nicht so komplex, dass es hier ewig braucht zum Laden, oder? Kamera... 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 Ich kann nicht so schafft sein hier. Aber es gibt's wohl nicht hier. Da kriegst du ja voll die Krise. Da kriegst du ja voll die Krise. Ja. Der Hund. Was ist er hier? Der Mr. Erling. No... üler... Flüssig drauf hier, Leute. Keine Böcke hier. Mann, verpiss dich hier. Ich brauche jetzt gar nicht mehr in die Kameras gucken, weil das bringt eh nichts. Oder? Aber Moment scheint es ruhig zu sein. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel so gefällt. Wie gesagt, auf Wunsch, ich spiele es auf Wunsch. Wenn mich der Infektor schon fragt. Und wenn ihr Wünsche habt, dann am besten in die Kommentare posten. Aber wenn es geht mit Link, wo ich es auch dann finde. Weil es ist für mich einfacher, wenn ihr einen Link dazu packt, bevor ich hier noch lang suchen muss. Dann heißt es hier Play Game mit dem Titel. Und dann gibt es aber hunderte von den Spielen. Dann weiß ich ja nicht, welches erst mal. Und zweitens mal gibt es ja mehrere Plattformen. Und es macht mir die Arbeit ein bisschen einfacher. Und ihr wollt ja auch, dass ihr das Richtige spiele. Denk ich mir mal. Bis jetzt sieht es ja mal gar nicht mal so schlecht aus hier, ne. Hier scheint ja noch alles ruhig zu sein. Jetzt kommt aber da links. Der Sack. Der Sack kommt links. Scheiße. What? Hä? Bis ist jetzt meine Energie weg? Ist mich verarschen hier oder was? What? So, was soll der Fool jetzt? Hab ich ja was getan oder wie? What? Das kapiert jetzt, wenn er mehr will, ne? Game over. Ja, warum nicht? Ja, leg mich doch am Arsch. Hehehehe. Nice. Wahrscheinlich war meine Energie weg. Ich muss hier auf diese blöde Energie achten. Also, wir scheißen jetzt mal auf die Kamera. Und hören nur noch. Also, er kommt links, rechts, links. Da blaufe ich ja immer der gleiche. So ein Fool-Spiel. Aber nie schlecht. Mir gefällt's. I like it. Ich hab leider den Namen vergessen. Er kommt rechts links, ne? Und jetzt kommt er dann rechts. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Aber die Energie kann einem ja nie langen. Denk ich mir mal, oder? Mal gucken, wenn wir bei 50 Energie sind, wie spät's dann ist. Mal gucken. Bam, 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 bam. Jetzt kommt er wieder links. Wer bewegt sich? Na, na, na? Wer bewegt sich? Na, na, na. Wer bewegt sich? bis jetzt läuft er noch nur nicht in die kameras gucken verbraucht alles zu viel energie also wir sind jetzt bei drei uhr und haben noch es wird knapp mit der energie sehr knapp und immer schön hören ob sich was tut so 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 Von wo kommt er jetzt? Von links oder von rechts? Hau bloß ab! Mach dich vom Acker her. Schießt Dreck! What? Leute, ich möchte diese Nacht überleben. Ich kriege eine Krise hier. Ich geb mich nicht geschlagen. Also die Energie müsste uns langen. Aber sehr knapp. Sehr knapp. Leck mich am Arsch hier. Wenn mir die Energie nicht langt, dann kriege ich die Krise ja. Also mehr sparen kann man ja nicht, oder? Oh! Oh! Mit zwei Energie noch! What? Oh, leck mich am Arsch! Six o'clock strike! Ick! Ick! One Night Stickman's Halloween Edition! Eck! Eck! Yes! Wir haben's durchgespielt! Erfolgreich beendet! Eck! Game creation by Bendy31! Thanks, Bendy! Eck! Eck! I like it! Mal wieder ein Spielchen erfolgreich beendet! Das freut mich ja! Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß! Send you! Ein kleiner Schreibfehler! Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß! Ich hatte viel Spaß! Und es war aber ziemlich knapp, Leute! Mit zwei Energie! Das heißt, wenn ihr das spielen solltet! Download Link, wie immer, in der Videobeschreibung! Aber gibt's auf Gameyol! Ähm... Was soll ich sagen? Muss man halt sehr auffassen! Nicht in die Kamera schauen! Hoppala! Immer nur nach dem Gehör gehen! Und dann klappt das auch! Ich bedanke mich bei euch für's Zusehen! Würd mich freuen, wenn ihr wieder einschalten wird auf meinem Rossi-Kanal! Lasst mir doch gerne ein oder bitte ein Like da! Dann... Und schreibt was für euch in die Kommentare! Dann gibt's Motivation für mich! Send you! Offplay! Ich glaube, es ist ein russischer Entwickler! Ich weiß nicht genau! Aber... Naja... Ansonsten... Wie gesagt... Ich hoffe, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rossi-Kanal! Hard Mode! Nein, nein, nein! Hard Mode spiel ich mit Sicherheit nicht! Weil... Das kann ich mir... Das kann man vorstellen! Nein, 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 nein! Gibt's... Gibt's... Was ist das für ein Zeichen da unten? Das Pentagramm? Gibt's noch ein Pentagramm? Ne... Hard Mode! Den Hard Mode tue ich mir jetzt nicht an! Wenn ihr wollt, dass ich den Hard Mode spiele, dann müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben! Ansonsten... Das sage ich jetzt! Genießt das Leben! Enjoy your life! Habt Spaß miteinander! Und bis zum nächsten Mal! Ich sage... Termine... Und Fingering und Soja! Rostiger Redner! Thank you! Goodbye! And enjoy your life! I love you all my friends! Ha-ah! Rosti-Mani! Also... No Hard Mode! Oh no! Or... Write in the comments! Thank you! Goodbye! Bye!